hallo hier ist user paul mit dem thema python programmierung modul random die zeilen wurden im forest gespeichert als datei random beispiel punkt y und die datei wurde als ausführbar markiert das modul random stellt einige funktionen bereit die pseudo zufallszahlen fabrizieren spricht zufalls generatoren für python pseudo zufallszahlen deswegen weil es nur so aussieht als wären es zufallszahlen in wirklichkeit sind sie berechenbar die einfachsten funktionen möchte ich an dieser stelle vorstellen zuallererst wird das modul mittels import random siehe zeile 4 eingebunden in zeile 6 wird eine liste namens z list mit zahlen definiert in zeile 7 wiederum wird eine liste namens s list mit zeichenketten definiert ok zur ersten funktion siehe zeile 9 wenden punkt rent in klammer auf x koma y klammer zu hier 0,10 erzeugt eine ganze zufallszahlen erzeugt eine ganze zufallszahlen zwischen x und y also zwischen 0 und 10 eine ganze zahl dann skript ausführen mit heißen wenden beispiel punkt y das ergebnis 8 dann zweite funktion random random gibt es eine kommazahl zwischen 0 und 1 zurück zwischen 0.0 und 1.0 speichern und ausführen dann wenden punkt uniform klammer auf x koma y klammer zu generiert eine kommazahl zwischen x und y also hier zwischen 0.5 also 0,5 und zwischen und y also 1,7 speichern und ausführen dann die funktion choice random punkt choice in klammern eine liste wird durch zufall ein element aus der angegebenen liste aus zum beispiel aus der liste mit den zahlen und aus der liste mit den zeichenketten und dann die funktion sample in zeilen 18 und 19 gibt x zufällig erwählte elemente einer liste zurück als erstes die liste und dann wie viele elemente es sein sollen speichern und ausführen hier werden drei elemente zurückgegeben 5 1 und 2 und hier in zeilen 19 werden zwei elemente zurückgegeben a und c und als letzte funktion noch die funktion shuffle random punkt shuffle in klammern eine liste würfelt alle elemente eine liste durcheinander so dass sich die reihenfolge der elemente ändert speichern und ausführen die reihenfolge hat sich geändert jetzt ist es nicht mehr 0,1,2,3,4,5 sondern 5,2,1,0,3,4 weitere funktionen existieren und können der dokumentation entnommen werden das war user power from open screen cars ciao und viel glück so 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 so